Liebe Radiofabrik, Steinitz hier. Vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Jahre, für diese 15 wahnsinnigen Jahre. Ich habe einiges bei euch gemacht, machen dürfen und es ist einfach ein geniales Medium und ich freue mich immer wieder, wenn ich es reinbekomme, ein bisschen dahinter am Berg. War nicht so einfach, aber jetzt ist es glaube ich ziemlich stabil, möchte ich sagen. Alles, alles Gute, feiert es schön und auf die nächsten 15, das ist dann, verdammt, das ist dann 2027, sehen wir uns wieder, bye bye.